Guck mal, was sie mit ihrer Zunge kann. Das ist halt ekelhaft, oder? Wir treffen uns 25... Hey meine Lieben, das 12. Schuljahr geht bei uns dann auch zu Ende. Und jetzt kommt die Zeit, wo wir die ganzen Exkursionen machen. Und da ich schon ziemlich lange keinen Vlog mehr für euch gemacht habe, dachte ich, ich nehme mich auf die ganzen Exkursionen mal ein bisschen mit. Heute fahren wir zum Beispiel nach Weimar. Ja, und probiere ich mal ein paar schöne Bilder für euch einzufangen. So, wir sind jetzt in unserer Bahn nach Weimar und wir haben mega den coolen Sitzplatz. Wir haben so eine voll coole Sitzbank. Ich war noch nie in so einem komischen Zug. Und da ist der Jonas. Wink mal. Fangen wir jetzt erstmal und wir sehen uns dann in Weimar wieder, ne? Ja. Ich bin jetzt in Weimar. Ja, total. So, wenn die Leute sind die jetzt in Weimar. Danke. Und wir machen jetzt los. Steffi, genau. Oh, die laufen schon. Wir sollten vielleicht hinterher. Mach mal ran. Immer dieses gevlogget, voll schlimm. Da verliert man dann die Gruppe und dann wundert man sich, warum man weg ist. Guten Morgen! Er filmt mich von hinten in der Klasse. Jonas macht übrigens auch ein Video zu Weimar, aber nur zu Weimar, denke ich mal. Und das werdet ihr dann auf seinem YouTube-Kanal sehen. Wenn ihr da vorbeischauen wollt, dann macht das gern. Ist doch nicht süß! Das sieht schön aus. So, jetzt hier geht's so, oder? Hier muss ich treiben vor uns. Seid ihr schon mal auf dem Pferd geritten? Ja. Leute, Storytime! Einmal, da war ich reiten auf irgendeinem Ponyhof mit meinen Eltern. Und da saß ich auf so einem schwarzen Pony. Und als wir fertig waren, hatte das Pony keinen Bock mehr. Und das hat sich einfach auf die Seite geschmissen und ich lag da drunter. Pferde mögen mich nicht. Kommst auf YouTube. Pause mal. Du bist sexy, Baby. Oh, yeah. Das Bauhaus bestand hier mit dem. Von 1919 bis 1933 bis heute. Die Weltströmungen. Standen. Oh. Hat er in Berlin geborgen von seiner Mutter? Nee. Nee. Nicht von seinem Vater. Ein bisschen aufmerksamkeit. Ach. So. Und zwar am 5. Juli 1969. Haha 69. Ist er in Bonn. Äh Posten. Äh Posten. Messe Posten. Walter Kropisch war ein schöner, charismatischer Mann. Der nicht nur kluge Architekt war, sondern auch die Frauen betürt hat. Wie oft war er verheiratet? Ja. Ein paar Mal, dreimal war er verheiratet. Er hat unter anderem die Frau, die letzte Frau blieb aber kinderlos. Also die hatten ja keine Kinder. Ja. Alma Werfel beispielsweise war damals eine heißbegehrte Frau. Werfel ist ein Literat. Ja. Moderne gewesen. Merken Sie sich mal. Na gut. Also. Das ist okay. Ich muss sagen, ich war das erste Mal jetzt in Weimar. Oder bin zumindest das erste Mal jetzt in Weimar. Und ich muss sagen, das ist echt eine schöne Stadt. Genauso wie, ich weiß nicht, ob ihr Bad Langensalza kennt, das ist auch in Thüringen. Ja, ich finde es schön, wenn es eher so ländlich ist und die Häuser sind so niedlich. Keine Ahnung. Ich finde das voll schön. Und hier ist voll schön Natur, das ist auch voll geil. Das ist eigentlich selten zu finden in so einer Stadt. Ein Leipzig haben wir das zum Beispiel gar nicht. Also, naja, doch schon, aber nicht so viel. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist übrigens der Park an der Ilm. Total idyllisch hier, das ist voll geil. Ja, wir pikniken gerade. Und ich würde sagen, pump up the jambs. Ja, wir sind jetzt hier am Shakespeare-Denkmal. Und wer hat mich schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich mal bei McClap mitgespielt habe. Das hat ja auch Shakespeare geschrieben und das kann ich euch mal in die Infobox verlinkt. Guckt mal, was sie mit ihrer Zunge kann. Das ist total ekelhaft, oder? Wir treffen uns zum... Ja, das verlinke ich euch mal in die Infobox, ne? Aber Sie können das auch. Und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben, und acht, und neun, und zehn. Ein Hut, ein Stock, ein alter Mann. Zurück zur Seite. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben, und acht, und neun, und zehn. Ein Hut, ein Schock, ein alter Mann. Zurück zur Seite. Also, wir sind jetzt fertig mit unserer Exkursion nach Weimar. Und ja, ich fand es ganz schön. Wir sind jetzt im Zug zurück nach Leipzig. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Exkursion. Bye! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020